Und jetzt ein bisschen weiter zu spammen, please. Warum? Ja, dass die Taktik nicht im Video ist. Soll ich meine Taktik reinschreiben? Soll ich mal gucken wer alles da ist. Also ich muss gleich weg, nochmal so by the way. Erst spammen, dann oben. Wie vielter bin ich? Ja, ich wär eh nicht spammer gewesen. Wie vielter bin ich? Verdammt, ein Eisen ist auf dem Weg, du bist vierter. Okay. Ja, ich drück dir das Eisen. Fuck. Keiner darf jetzt oben runterspringen, ihr müsst alle sterben. Eisen, 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 Eisen. Oben darf keiner runterspringen, wir müssen alle sterben. Ja, das hab ich auch nicht ganz mitgekriegt, aber... Ach egal, es darf jetzt keiner... Es müssen jetzt alle oben bleiben, halt alle sterben. Ja, lieber, lieber, lieber. Nö, 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 nö. Ich hab kein Blöck mehr. Verdammt, der darf mich nicht kicken. Ja, Leute, wir haben oben nicht bekommen. Wird lustig. Nein, nein, nein. Oh nein. Du bist jetzt reingestanden, Junge. Du bist vollidiot. Du stellst mich rein. Nein. Hey, Frem. Nein. Junge. Nein. Für das Verspiels hab ich von mir zu. Noch ist nichts verloren. Ja, ja. Da haben oben... Ich hab keine Blocks mehr. Fuck me, der hat eine Rot. Was? Ach, die haben da oben auch eine Rot. Muss ich mir immer sagen, Alter. Muss ich mir immer sagen, Alter. Ich wär, ich wär halt durch gewesen hätte, weil die Rot mich nicht... Antworten wir halt nicht. Hier. Wir sind grad in... Ephraimos. Krichos. Oh, Rot ist überall hier. Werd den Bo. Werd den Bo. Ich hab den Bo. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn... Was ist denn? deren Bau kommt er hat doch ja super ich bin da oben da kommt jetzt einer könntest du oben stehenden oder nur unten er ist ein weiteres aber als wir haben wir nicht er leute ich leck so hart auch nicht mehr nur weil ich bin nicht so weit durch Leute 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 ich bin unten sau weit durch Leute 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 unten kommt schnell noch haben die kein Baseball nein doch nicht safe bauen pushen pushen mpx ok hälfte der Blöcke drop ja was du hast nur noch 28 Blocks pass auf wer schießt auf dich zieh 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 komm 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 das können wir noch ketten ok ihr könnt sie unten durchziehen aber das ist irgendwie ein altes turn 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 ok Junge ich hab wieder ich bin down mpx hab ein Gold ein bisschen was gelootet also was zum Spawner war ein Gold ein Gold ist mega gut können die später im Bowbase machen wenn sie ihn nicht schon haben ne ne wir haben erst 4 Minuten gespielt jetzt das heißt sie müssen nochmal 30 Sekunden warten und spliffen geht auch keiner Junge ich bugge wieder Alter was sollen die diese Wichse alter ja ich wär wieder fast durch gewesen bisschen Blockspam ne damit der Weg nicht so schnell abgebaut werden kann mach ich ja unten weiter pushen wir sind unten soweit durch Leute lol als ob ich den genutzt hab genau alter das ist so unlegit ist der Bowen down ne ne nicht den Bogen aber einer der eigentlich hinter der Mauer stand ich hab einfach mal so und ich schieß in die Luft die haben Bowbase na das war ja klar man wieso verreist meine Maus was nein scheiße Leute wie viel Uhr haben wir 8.55 ok 8.55 ok 8.55 wir müssen Gas geben alter ein gemeinsamer push unten würde es gut tun ich sehe aus wie Photoshop so wie dieser wie Photoshop ja ja Nick wir haben verstanden ja ja Nick wir haben verstanden ja ja Nick wir haben verstanden kommst blieben ok ist nicht ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm war ich jetzt weg nein habe ich nicht es war frei es war frei welche Seite ich bin rechts rechts ok aber links dürftest du warte einer kommt es blieben wenn ich nicht reinbauen würde ja wann musst du weg 19 Uhr warte warum können wir eigentlich zu weh hätten naja das ist das Ding nice na ist ja schön ja aber da kannst du all all da sein verdammt das ist hier Leute das ist eine Base er ist bei uns nicht das Pit verlieren bitte aber der ist Lower Group ja ich weiß aber ich habe ihn voll nicht gesehen erst er ist tot er ist da genau da Leute den kriegt ihr ja ja der ist nicht so viel der lebt jetzt noch 8 ich bin mega erschrocken ne der Bo weiß nicht dass ich hinter ihm bin jetzt doch ich dachte der wär safer Mann Leute ich kann nicht muss jetzt campen Leute das ist die Red Bull Crew kriegt ihr die noch ich muss nämlich weg ja klar ist ja nur noch einer ich habe nämlich echt keinen Bock die nächsten drei Tage ihm ein Verbot zu kassieren oder so wirst du dir ich mache jetzt noch einen Rush ich versuche noch einmal und dann ja dann ist untergeschwungen danke gg 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 Vielen Dank.